Hey Leute, da sind wir wieder bei Outlast, das DLC und ich will nicht. So, wir waren ja letztes Mal schon hier drin. Und ich würde darauf wetten, dass wir gleich... Da kommen wir nicht rein, das war, dass wir gleich Besuch bekommen. Ich renne einfach. Und, ähm, was habe ich gesagt? So, hier sind wir sicher. Ich sehe auch nicht, was es ist, was uns da erwartet. Es schlägt auf jeden Fall gerade Türen ein. Oh, Leute, ich will nicht. Ich habe doch nicht mal eine Ahnung, wo wir da hinten hin müssen. Ja, voll der Mega-Schatten. Oh, wir schrumpfen, wenn wir die Kamera benutzen. Ja, ähm, vertreiben wir uns hier unsere Zeit? Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Ja, mehr als sterben können wir nicht. Also, das Atmen von dem Kerl ist echt gut gemacht. Das klingt wie echt. So, da hinten. Ich, äh, weiß es nicht, wo wir hin müssen. Ich höre jemanden kommen. La 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 la. Fuck. Okay. In dem Raum kommen wir nicht weiter. Oh, fuck it. Spiele sind nichts für mich. Ich, äh, weiß es nicht. Spring! Ist der Dicke, ist es der Dicke mit den Ketten? Nein, ist es doch nicht der Dicke mit den Ketten. Ist es er. Ja, was macht der hier? Ich habe eine Kettensäge. Mami, ich will da nicht lang. Ich brauche die Kettensäge, oder? Ich kann ja mal so drei Minuten Folgen machen. Ich kann ja mal so drei Minuten Folgen machen. Der kommt ja gleich wieder. Der kommt ja gleich wieder. Oh, der kommt ja gleich wieder. Okay. Der kommt ja gleich wieder. Vielleicht sollte ich mich einmal von dem toten lassen, dann ist die Angst bestimmt weg. Okay, nix. Ich will wenigstens wüsste, wo ich hin muss. Mann. Ich darf Falke sein, ich bin ein Mädchen. Ich darf das. Sag nix. Die Klappe! Ich will wissen, ob der da lang geht. Wenn der da lang geht, dann kann ich ja da lang rennen. Ich seh nix. Nebel, geh weg. Der ist weg. Mann. Mann. Warum spiele ich das? Ich weiß, es passiert gerade echt viel. Mann. 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 Ich will das nicht mehr spielen. Scheiße. Mann. 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 Hier findet er mich nicht. Ganz bestimmt. Was ist der Drecksack? Ich würde jetzt gerne so eine Rolle in den Raum da rein machen. Ich höre auch nichts von dem, gar nichts. Scheiß. Ich dachte, er geht hier seine Runden. Mann. Das klang gerade, als würde der kommen. Komm, ich kann nicht ewig unterm Tisch bleiben. Okay. 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 Ich höre gerade auf meinen Kopf. Ich höre meinen eigenen Herzschlag. Das ist schlimm. Mann. Jetzt. 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 ich. Das ist Outlast. Mann. Dort dreht der sich denn noch rum. Sind hier Batterien irgendwo oder nackte? Okay, da hinten bin ich in Sicherheit. Merken. Lass mich hier raus. Ich mich erschrocken. Ist der vielleicht weg und der Joke an dem ganzen Ding ist, dass wir ganz am Anfang losrennen würden? Dann in die Falle laufen. Alter, ich zuck bei jedem Geräusch hier innerlich zusammen zu der Größe von einem Chihuahua. So krass zuck ich hier innerlich zusammen. Kein Witz! Geh mal in mich rein, dann siehst du, dass ich noch so groß wie ein kleiner Chihuahua bin. Wie ein Chihuahua-Baby. Der atmet ja auch nicht mehr. Es wäre ja ein sicheres Anzeichen, dass der Kerl hier irgendwo ist, ne? Geh mal in die Halle. Gut. Geh mal in die Halle nach. Da kann ich rein und da komme ich nicht lang. Ich will da nicht rein. Vielleicht speichert der da drin. Der speichert nicht. Tschüss! Warum geht jetzt die ganze Zeit... Wie steht der da? Jetzt wird der Kerl da stehen. Witzig. 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 Was soll denn hier sein? Leute, bin ich wieder zu doof oder ist hier nichts? Sag doch mal. Ist hier irgendwo Werkzeug? Ist hier irgendwo oben? Nein. Nein. Wir gehen einfach zurück. Zack. Ja. Muss befreit werden. Wie denn? Ja, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke mal demnächst, wie wir das hinkriegen und dann sehen wir uns wieder. Ciao. Ciao. Tschüss jetzt. Tschüss.